Ich will anfangen jetzt, hör auf, ich will das nicht. Ich will, dass es jetzt direkt losgeht, nicht immer den Quatsch. Das wüsste ich aber. Ach nee, komm, los, lass mich von der Leine, du. Ich will los, ich will loslegen, du. Ich bin bereit heute, ich bin bereit für alles, was da kommt. Das wüsste ich. Los jetzt, hör auf mit dem Code Opener. Das wüsste ich. Ende jetzt, stopp. Das wüsste ich, aber das ist jetzt losgegangen. Los, weg mit dem. Los jetzt, los jetzt. Jetzt geht's los. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Mit Lars Pausen und Florentin Will. Verflixte Klicks. Leute, setzt euch. Es ist schon wieder ein Hälter. Setzt euch, setzt euch. Leute, setzt euch hin. Leute, nein, bitte, wir können jetzt nicht jedes Mal 10 Minuten Standing Ovations machen. Wir haben doch keine Zeit. Bleibt mal stehen. Bleibt mal stehen. Klatsch mal ein bisschen länger. Noch eine kleine Runde. Wir haben noch keine Zeit. Wir haben noch keine Zeit. Ähm, ähm, hier. Äh, 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 was sagst du denn? Hey, wir haben noch keine Zeit. Eins zu eins. Eins zu eins, Herr Ratschmidt, wirklich. Eins zu eins. Leute, ich bin ja drin. Ich hab die NS-Kassetten wieder ausgegraben. Und ich binge mich durch, Leute. Was waren das für tolle Sendungen? Schöne Ostergrüße erstmal an euch alle. Ja, erstmal richtig gutes Ostern. Pack die Eier aus. Wo sind die Eier, Gerda? Hä, ich hab die Eier versteckt. Ich hab die Eier versteckt, Gerda. Wo sind denn die? Pack sie aus, Gerda. Such mal die Eier, Gerda. Gerda. Sagt man alles Gute zu Ostern oder herzlichen Ostern? Woher sagt man? Hey, Gerda, ich hab, äh, die Eier versteckt. Äh, such die mal, Gerda. Alles Gute. Okay. Ey, Gerda, ey, komm mal, komm mal wieder rein. Warum bist du draußen? Ich hab die Eier drinnen versteckt. Das ist so eher witzig. Äh, so. Also, ich würde sagen, ähm, wir sind ja hier nicht aus freien Stücken. Ich hab die Schmerzen mittlerweile. Wir sind ja hier nicht aus freien Stücken. Hör auf, mich die ganze Zeit anzugrabbeln. Ja, ich kann dir nicht, guck mal, das ist das Letztes an dir liegt. Weil die enorme Kraft, die ich hier anwenden kann. Das ist eigentlich, wie lange du mich lieb wusst hast, wenn ich dich angefasst hab. Und jetzt ist nur, ich erfahre wirklich von dir nur noch Hass. Und, äh, deswegen möchte ich nach dieser Sendung auch aufhören. Du hast mich gezwungen, dein widerliches Schienbein anzufassen, ja? Das war unsere Art von Körperlichkeit. Ach. Glaubst du, damit hat damals... Oh, Lars Pausen hat das ekelhafteste Schienbein der Welt. Das ist so ein... Ah, das ist so, der Knochen ist so ganz vorne. Er steht raus, ja. Warum bist du so weit vorne? Was ist der Rest? Das war ein Unfall. Äh, glaubst du, dass unsere Freundschaft damals beendet wurde, als du mein Schienbein anfassen musstest? Ja, das war der Punkt, wenn ich gesagt hab, ich muss hier raus. Ich muss hier raus aus dieser Freundschaft. Wo ich allerdings rein will, das ist natürlich die Sendung Verflixte Klicks. Denn das ist der Grund, warum wir uns hier treffen. Das ist überhaupt der Grund, warum wir überhaupt noch Kontakt haben. Und wie genau das funktioniert, zählen wir jetzt, bitteschön. Was ist Verflixte Klicks? Florentin und Lars schauen YouTube-Videos, raten die Klickzahlen? Amazing! Wir machen jetzt mal ein bisschen weniger Quatsch. Wir machen heute das, wofür wir hergekommen sind, nämlich Kronenzählen. Einmal ganz kurz meine Kronen auf mein Haupt, obendrauf. In dem Teil können wir, ich finde, das ist ein bisschen überflüssig. Das wäre mein einziges Feedback. Leute, das wäre ganz schwindelig. Ich hypnotisiere die Leute schon mit meinen Kronen, so spiralisierend. Das wäre mein Feedback. Lass uns den Teil rausschneiden. Vielleicht fürs Video die. Also, wir schauen mal kurz rein ins allererste Video, denn darum geht's. Und zwar heißt es hier 2462. Dropping a penny for every subscriber. Und was wird der Gag sein? Kommt gar nicht? Ähm, a penny. Was ist ein Penny denn? Das ist ein 1 Cent, ne? Und, nee, 5 Cent. Ich weiß nicht, ob das... 5 Cent ist ein Penny, oder? Einfach nur ein Pfennig halt. Nee, ich glaub, Penny ist eine... Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, gute Frage. Das ist jetzt natürlich so eine Art... Ist nichts zu erklären. Das ist unser Sidekick. Lars Hund steht hier gerade auf dem Kopf und kratzt sich den Kopf in der unverständlichsten Weise. Dieses Kind einfach. Der hat einfach ganz... Ist das sicher, oder was? Nee, 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 nee. Einfach komplett verknotet. Aber manche Körper, muss man ja nicht sagen, manche Körper sind nicht dazu ausgelegt, dass man sich kratzt. Der Mensch... Nee. Mehr Ernster. Stell dir mal... Der Mensch hat ein enormes Privileg, dadurch, dass er sich überall kratzen kann. Stell dir mal so einen Elefanten vor. Oder irgendwie so eine Schnecke. Und dann kratzt so ganz... Oh, stell dir das vor, du bist eine Schnecke. Und es juckt so direkt unter der... Unter der Hausoberfläche. Und du kommst da nicht hin. Und ach... Ey, du bist auch auf der Spur. Glaubst du, dass wir evolutionär nur deswegen so fortgeschritten sind, weil wir uns kratzen können überall? Ich glaub schon. Dass eine Schnecke halt anfangs dachte, ich kann mich nicht kratzen. Ja, dann lass ich's halt gleich bleiben. Ja, dann lass ich's bleiben. Mit der Evolution. Der frühe Mensch hatte ganz kurze Arme und so... Nee, ich komm so grad hier hin. Und dann aber wurden die immer länger, weil er auf dem Rücken gekratzt hat. Vielleicht war das der große Vorteil. Ich glaube, dass man durchs Jucken abgelenkt wird vom sich weiterentwickeln. Ja, das kann, ja. Das heißt, in der Zeit, wo dich irgendwas juckt, entwickelst du dich keinen Cent weiter. Du kannst jetzt nicht in der Vorlesung zuhören und wenn dich was juckt, bist du raus. Das merkt jeder Dozent, dass die Schnecken unfassbar abgelenkt sind. Warum stoß dich nicht so durch und durch? Liegt's an der Schleimschicht? Liegt's am Panzer? Oder sind die einfach abgelenkt, weil ihnen alles juckt die ganze Zeit? Und das ist eine pädagogisch schwere Aufgabe. Viel leichter ist es allerdings, Münzen zu zählen. Denn darum geht das jetzt. Jetzt ist es natürlich interessant, weil wir müssen einer sagen... 50 Sekunden geht das. Kommt das jetzt in einem Schwall? Kommen die Einzelnen? Kommt der Gag? Es sind nur drei Follower. Das ist jetzt meine Frage an dich. Also wenn das jetzt wirklich das 462. Video ist. Ich sage, wir haben 120 Münzen. Ich sage, wir haben drei. Okay. Eins. Nein! Nein! Also wie viel? Er hat einen einzigen Subscriber. Okay. Nein, noch nicht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, acht. Nun kann ich nicht mehr mitzählen. Das sind zu viele Subscriber. Das könnten 100 sein. Und sowas wollen die Leute sehen. Ey, sorry, aber an der Stelle, kann Rockabians das auch machen? Irgendwie so für jeden Abonnenten ein Fünf-Cent-Stück irgendwie vom Fernsehturm in Berlin. Das wäre doch mal eine Aktion, die uns mal wirklich nach vorne bringt. Die uns mal wirklich auf die Schlagzeile der Münchner, der Berliner Mopo bringen würde. Ja, ist das jetzt ein Fünf-Cent oder ein Ein-Cent? Man kann es nicht erkennen. Ich sehe vorne und hinten geht. Ich glaube, Penny sind Fünf-Cent. Ach so, das ist ja sogar britische Penny. British Pound. Penny Pound. Ich weiß nicht, aber wie... Nee, stimmt, dann ist es ein... Na gut, also das... Stimmt, weil im Britischen heißt ja die Unterwährung von Pound Penny, ne? Und das hätte ich nämlich auch gesagt. Und ich dachte, amerikanisch ist ein Cent. Ah, egal. Okay. Nee, du hast mal wieder alles falsch gedacht. Ich habe alles falsch gedacht. Das Ding ist ja, jetzt könnten wir natürlich wieder... Wir sind ja hier in der Schätz-Show. Jetzt können wir hier von den Subscribern, die wir erstmal schätzen müssen, auf die Klicks schätzen. Also wir müssen jetzt gucken, wie viele Münzen liegen da auch außerhalb des Spiels. Schwierig. Jetzt müssen wir erstmal schätzen, wie viel eine Münze wert ist. Wie viel das sind... Ah, nee, hier ist eine Eins. Doch, das ist tatsächlich... Sind schon so 150, 200, oder? 300? Ja, ja. Okay, aber finde ich erstmal eine gute Idee. Ich fange einfach mal an mit meiner Klicks-Schätzung. Hättest du's... Würdest du das Video besser finden, wenn auf jeder Münze der Name des Subscribers draufsteht? Nee. Nee? Würdest du es schlechter finden? Würdest du es schlechter finden, wenn auf jeder Münze noch der Name draufsteht? Ja. Okay. Weil die Namen wahrscheinlich wechseln. Namen sind Schale und Rauch. Du kannst sie einmal im Monat wechseln. Und zweitens muss ich echt sagen, als ich das Video gesehen habe, das ist die perfekte Form dieser Art von Video, die ich je gesehen habe. Und das kann man nicht besser machen. Das heißt, du ziehst die Umsetzungskarte. Dass das die beste Umsetzung der Idee ist, die ich bisher gesehen habe bei dieser Thematik. Ist aber auch das erste Video, das ich zu dieser Thematik gesehen habe. Zieh sie, zieh sie. Es ist die Umsetzungskarte, die man immer vor der Sendung verschlucken muss und dann hochwürgen muss. Wie viele Klicks haben wir denn hier? Habe ich doch schon gesagt. Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich anfange. Du sagst immer, du hast es schon gesagt und hoffst dann, dass du was gesagt hast. Habe ich doch schon gesagt. Aber du hast es nicht gesagt. Aber es bringt mich halt nie weiter, weil irgendwas braucht die Regie halt. Die wollen da was eintippen, ne? Ja, Florentin, das Traurige ist halt, du hast immer weniger Klicks als Abonnent. Meist. Hälfte oder 30 Prozent oder irgendwie sowas ist die goldene Regel. Es gibt natürlich, sagen wir mal so Tutorial-Leute, die haben mehr Klicks als Subscriber. Ja, spannend. Für so einzelne monothematische Sachen. Aber für so Leute, die einen extra Subscriber-Thank-You-Video machen, die haben meist deutlich weniger Klicks. Wir sind hier aber immerhin noch bei, sage und schreibe, 63 Klicks. Also ich glaube, das ist ein Kanal, der kümmert sich um die Subscriber, der macht gute Ideen, der hat interessante Sachen, der haut nicht nur immer das gleiche Video raus. Ich glaube, der ist gewachsen. Der ist von diesen, sagen wir mal, 250 Abonnenten ist der nochmal gewachsen auf 500 und davon klicken dann wiederum 40 Prozent rein. Also sind wir bei 220 Klicks hier für dieses Video. 220 Klicks. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Auflösung, denn da wird entschieden, wer den Punkt bekommt und wer leider leer ausgeht. 220 Klicks für dieses Video von meiner Seite. Ich bin sehr gespannt. Team Rot legt vor und hier kommt die Auflösung. 193. Ha! Da ist doch jemand ein ziemlich schlaues Füchs hier. Und 966 Abonnenten mittlerweile. Es ist aber schon drei Jahre alt. Also jetzt müsste er nochmal ein bisschen tiefer in die Sparkasse greifen. Da schreibt auch jemand, ja, heutzutage müsste er rauszoomen dafür. Toll. Ja, schwierig. Ganz kurz, machst du einen Unterschied? Nein. Ich habe meine Haare noch nie mit Seife gewaschen, ehrlich gesagt. Also ausgerechnet heute hast du wirklich, ich muss selbst ich sagen, einen richtigen Bad Hair Day. Also du hast schon echt manchmal Kackhaare, wo man sagen muss, was ist denn da los? Aber das ist wirklich heute Bad Hair Day at its best, ja? Und dann sagst du hier Shampoo und hast du noch nie benutzt. So, ich versuche gerade ein Werbeplacement zu bekommen mit einem Friseur, so ein Vorher-Nachher-Ding, dass man sagt, okay, brauchst du dringend. Aber, ja, ist eine gute Frage. Which one to choose to wash hair? Ich bin der Letzte, der sich über Haare hoffen sollte. Da bin ich ja ganz gut. If you have any questions, make sure to leave them in the hair. Guck mal, aber ich finde jetzt... Selbst ich wasche meine Haare noch mit Shampoo. Ja, klar. Kurze Haare wollen auch sauber sein. Guck mal, aber ich finde es ganz spannend. Jetzt halt auf, geht weg, das ist albern. Kennst du diesen YouTube, dieses YouTube-Gebirge, wo man sehen kann, wie oft an die Stelle geskippt wurde oder wie viel Prozent der Zuschauer diesen Teil des Videos gesehen haben? Kennst du das? Und das, glaube ich, das sehe ich jetzt bewusst zum ersten Mal in einem verflixten Klicks. Heißt das, der hat eine gewisse Schwelle an Klicks überschritten? Weil ich glaube, wenn du nur 100 Klicks hast, dann geht das nicht. Oder ist das gerade ein kompletter Nonsens? Ach, das da unten, was du... Ja, ja, genau. Hier über der Verlaufsleiste hat man dieses Gebirge. Ah, spannende. Wo man sieht, und man weiß genau, die Leute sind total abgefahren auf diesen Teil hier. Ja. Nee, das kann so nicht sein... Und sie sind nochmal richtig heiß gelaufen hier am Ende. Da haben sie nochmal richtig gefeiert. Ist das nicht Audio einfach, wo es lauter wird? Nee? Aber dann ist immer Skippt. Ah, okay. Aber dann ist immer am Anfang ja am meisten. Dann darf die Welle aber auch erst später anfangen, oder? In der Regel ist es eigentlich eher, wird es gegen Ende mehr, weil die Leute eher skippen. Ja, aber... Je mehr Leute skippen, desto... Bei Sekunde 0,01 sind ja 100 Prozent. Da sind noch alle da. Verstehst du? Das sind ja 100 Prozent. Aber das macht man noch, man klickt auf ein Video und skippt sofort auf Sekunde 20 oder so. Ja, macht man das? Wenn man sich denkt, das Anfangsgedüll hier... Ich meine, wir können ja mal... Ich weiß nicht, ob Anton mal rausgeben will, wie so eine Wolke aussieht von einer normalen verflixten Klicks-Folge. Ja. Das wäre doch mal interessant zu sehen, dass die Leute die Sendung nicht abschauen. Du könntest jetzt einfach auf YouTube gehen und gucken. Oh, lass uns das mal machen. Nachdem wir geschätzt haben. Nachdem wir geschätzt machen. Warten machen wir mal das. Ich hab leider keine Tastatur, aber wir kriegen das hin. Ich meine, die Leute wollen natürlich irgendwo sehen, wie wir uns streiten. Das ist ja meist... Ich glaub, es gibt viele harmoniebedürftige Klicks-Zuschauer, die sagen, nee, das geht nicht. Das zieh ich mir nicht rein. Also, ähm... Wir wissen ja auch immer nicht, dass die Kamera noch läuft in dem Moment. Muss man dazu sagen. Die machen die nicht aus. Was ich tatsächlich auch sagen möchte, ist insgesamt, dass ich glaube, dass das durchaus ein Klick-Hit ist. Haare ist ein Thema, das Leute bewegt. Gerade Leute auf YouTube. Und deswegen glaub ich, das hat durchaus Klicks. Ich bin hier bei... Aber ich frag mich... 1-1-1-4. 1-114. Ich frag mich so ein bisschen... Also, erst hab ich gedacht, das sei vielleicht ein Parodie, also ein Gag. Weil das ist doch gar keine Frage. Also, which one to choose to wash hair? Also, Shampoo wurde doch nur dafür gemacht, damit man's... Ja, aber es gibt bestimmt Leute, die sich nur mit so einem Stück Seife waschen und die sich denken, warum soll ich meine Haare nicht auch einfach mit Seife waschen, oder? Das ist ein Shampoo anderes als Seife. Ja, ja, so wohl schon. So, das verstehe ich schon, dass das Leute gibt, die Shampoos gar nicht machen. Aber wenn du halt wirklich die gegenüberstellst, dann ist doch klar, dass du dich für Shampoo entscheidest. Tja, du, ich glaube, wir haben hier exakt das richtige Video gefunden, um dieses Problem aufzulösen. Du weigerst dich ja, bis anzuschauen. Da kann ich dir nicht helfen. Ja, vor allem würde ich gerne wissen, ob seine Antwort vielleicht Soap ist. Oder machen's alle falsch? Soap Scum. Ist auch ein guter Bandname, oder? Soap Scum. Ja. Gut, ich bin bei... Und herzlich willkommen auf der Bühne. Hier ist Soap Scum. Soap Scum. Metal, oder? Ja, ja, genau. Wasser. Dreck. Soap Scum. Es ist Soap Scum. Und dann einfach so als Running Gag bringen alle Zuschauer Seife mit und waschen sich so während dem Konzert. Ja, das ist geil. Das ist so ein Running Gag. Und dann wird es so eine Art Schaumparty. Ja, Schaumparty. Und dann ist es so, ob Scum. Und dann heißt es genau, alle müssen ganz dreckig zum Konzert kommen und sich aber während des Konzerts waschen. Das ist so das Gimmick irgendwie. Das ist so ein bisschen witzig, ein bisschen klasse. Die Musik ist mittelmäßig. Ich hab einen Conditioner dabei. Und dann ist immer der eine, der so ein bisschen aus dem Sprechertor kommt. Ich hab einen Conditioner dabei. Ja, die Musik ist mittelmäßig, aber das Konzert ist gut. Ja, das ist schon Performance, wie heißt's, Dings-Performance. Gib mir deine Schätzung oder ich lösche dich. Ich lösche dich. Nein, nein, ich will nicht löschen. Ich lösche dich. 27. Okay, das war grad nochmal knapp. 27. Oh, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Nee? Nee. Weil der Titel ist Astra rein. Der ist in der Tat Astra rein. Aber wir haben es schon oft erlebt in der Geschichte von Verwältigte Klicks, dass gute Videos wenig Klicks haben. Ja, meine lieben Leute, Carbonaro. Ja, danke für das Brückchen. So, und jetzt, wie machen wir das jetzt? Können wir mal ein Verflickste Klicks Video aufrufen? Ja, das hat sicherlich. Du hast ja was vorbereitet. Na klar. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Was heißt gleich? Okay. Ähm. Okay. Bin wir schon rein? Oh nein. Röhre. Follow that role. Röhre. Hä, bist du in die Mitte gesprungen gerade? Oder war das in der Playlist? Auf Minute 14. Ach du mal. Sowas gucken wir uns ja auch mal gerne an. Aber du bist ja leider schon bei Minute 14 gewesen. Was ist das denn für ne Musik? Oh, das ist ein Enddarm. Ja, das ist schon. Oh, das ist übrigens ein deutsches Video. Deutsches Video hier am Start. Wir fahren diesen Tunnel entlang. Deutsches Video durch den Tunnel. Rein in den Untergrund. Ich bin unter dir. Egal wo du bist. Ich fließ unter dir. Bin unter den Straßen, unter den Wegen, in der Stadt, überall wo du bist. Da bin ich unter dir. Alles ist nass. Alles ist feucht. Ich hasse diesen Raum. Ich will hier nicht mehr raus. Alles ist nass. Die Ratten kommen zu mir und fressen mich an. Alles ist nass. Du schenkst mit deinem Abfluss deine Kloacke. Alles nehme ich. Ich fließ unter dir weg. Du brauchst mich. Ich brauch dich. Unter dir. Egal wo du bist. Wasser, Schlamm, Sobsgum. Ist es deutsch? Aber der Titel ist englisch. Sewer Inspection Example Nummer 4. Und jetzt ganz technisch. Ich weiß nicht, ob Justus bereit ist, diesen Richthammer zu schwingen. Rechts unten ein Timecode? Fragezeichen. Oh, ich will es gar nicht gesagt haben. Lass mal laufen. Ich will es gar nicht gesagt haben. Das ist ein scheiß Timecode. Ich will es gar nicht gesagt haben. It's a motherfucking Timecode. Wirklich? Holy shit. Moment. Das heißt, wir sind jetzt auf vier Punkten? Du hast doch die Klammerregel. Vier Punkte, ja. Nee. Doch. Yeah. Geh mal nach hinten. Ich kann nicht mehr weiter rappen. Alter, was für ein... Guck mal, ob da noch was Deutsches kommt. Was für ein Gutes? Alter. Yeah. Yeah. Kurz zum Bestandaufnahme. Warte mal, da. Kurz zum Bestandaufnahme. Schlammdreck unter dir. Kanalisation. Schlammdreck unter dir. Kanalisation. Schlammdreck unter dir. Kanalisation. Schlammdreck unter dir. Kanalisation. Kanalisation. Schlammdreck unter Grund. Kanalisation. Schlammdreck. Kanalisation. Komm rum. Komm rum. Hol uns Schlamm unten rum. Verwesung. Verwesung. Und auch weiter. Schöne Sachen. Kommt's hier unten. Gibt's hier unten. Komm schon rein. Hier gibt's Schlamm. Verwesung. Tot. Schlammdreck. Kanalisation. Schlammdreck. Kanalisation. Also das war selbst für unsere Verhältnisse weird. Was für ein geiles Video, ey. Ja, da kommen verschiedene... Wie man einfach mal sagt so... Man delivert einfach mal unnötig hart. Ja, ja, ja. Einfach so für so eine Kanalisationsroutine. Raum gelohnt, Leute, auf Stimmung zu halten. Ja, du guckst dir ja keine 20 Minuten. Oh, da wurde zensiert. Du guckst dir ja keine... Da wurde zensiert. Es war ein kleiner Schnitt, weil's zu langsam langweilig wurde. Nee, nee, alles... Ey, ohne Witz. Ich hab mir vor zwei Wochen eine Ohrenkamera gekauft, wo man mit so einem Stiel in seine Ohren reinfilmen kann. Und auf dem Handy siehst du dann, was die filmt. Und es erinnert mich halt mega daran. Das ist super ekelhaft. Weil ich hab so ein bisschen so einen Ohrenschmerz. Weißt du was? Ich kenne keinen Menschen auf der Welt, der sich so ausführlich mit seinen Ohren beschäftigt. Genau, ich weiß. Du verfolgst das schon lange mit. Und weißt du, was dein Problem ist? Genau das. Deswegen hast du Probleme. Genau, ich weiß das ja. Der Ohrenarzt sagt immer, halt einfach die Finger raus. Oh, da auf rum zu pulen. Aber ist eine lange Geschichte. Aber es ist trotzdem echt. Guck mal, der Ohrenarzt sagt, lass die Finger da draußen. Jetzt kaufst du dir eine GoPro und steckst sie dir rein, oder was? Du sollst da gar nicht reinstecken. Ich muss selber zum HNO-Arzt werden. Oh Gott, jetzt ist aber hier im Wurzelwerk. Das wird nicht besser, nur weil du dir Technik reinschiebst, anstatt dein ... Jetzt war ich noch beim Ohr und hab das da gesehen. War das ein Lieber? Aber es sieht tatsächlich sehr ähnlich aus. Also jetzt mal ganz ohne Witz. Wie weit bist du denn da reingegangen? Naja, noch nicht so tief rein. Das ist doch sofort das Tommelfell, oder nicht? Das hab ich noch nicht gesehen. Kommt das nicht super schnell? Nee, da ist echt viel Platz. Kannst du nicht so tief in dein Ohr reingehen? Weißt du was? So ein Stück. Was? Also ... Alter, aber was ist das denn für ein Video? Oder In-Ear-Sachen. Die sind bei mir komplett, die ganze Schachtel ist komplett voller Ohrenschmalz. Das ist alles gelb. Das ist ein gutes Zeichen. Weil ich dich nicht rausmache. Das muss alles total versifft sein. Nein, genau so ist es richtig. Es soll erst rauskommen, wenn's vorne ist. Aber es gibt's ein riesiges ... Sagt, ihr seht hier eigentlich mein Ohr? Hä? Auf jetzt! Sieht ihr mal, wie gut das aussieht? Ja, und wollt ihr mal sehen, was innen drin ist in seinem Ohr? 28.04.2022 steht hier. Okay, also spannendes Video auf jeden Fall. Folgende Idee. Zukunftsidee. Die Wahrheit werden wird. Heutzutage gibt's ja viele so Clubs, die in so Ex-Fabrik-Geländer, in Fabriken sind, ne? Stillgelegte Fabriken, da gibt's viele Clubs und so, Hardcore-Techno. Also, wo früher gearbeitet wurde. Glaubst du, dass in 150 Jahren das so was gibt für Kanalisationen? Weil Kanalisationen aus irgendeinem Grund nichtig sind? Oh, find ich geil. Dann hast du so einen richtigen Rave. So, weil du bist ja hier quasi in den verschiedenen Floors. Er hat das ja quasi dargestellt. Ich glaube, das Problem ist, dass Kanalisationen zu eng sind. Also, ich glaube ... Gibt's da, wo man so richtig eine ganze Party-Crew ... Da kannst du richtig eine Party machen. Ich glaube, länglich ist keine gute Form für ein Konzert. Weißt du, da kommt der Bass richtig, da wird da rund durchgefummert. Ja, und ich meine, offensichtlich gibt's extreme Sicherheitsrisiken. Wenn du da so 150 Leute in der Kanalisation hast, wo es zwei Ausgänge gibt, links und rechts ... Oh nein, wir gehen rein, oder was? Hä? Wir gehen rein. Hä? Was? Was ist das? So, du wirst es auch ... In die Kanalisation! Oh! Hallo! Damit hat niemand gerechnet, was? Nein, das ist Schmalers auf Umwegen! Ja, natürlich! Schmalers auf Umwegen! Ich bin so gerne in der Kanalisation. Schön, dass du mich mal hier besuchst, Florentin. Sag mal, Schmalers, bist du denn immer in der Kanalisation? Ja, immer, wenn ich mal so ein bisschen durchschnaufen möchte. Hier unten steht mich keiner. Was machst du denn mit den Sachen, die wir da im Klo runterspülen? Ach du, wenn ich mal richtig hungrig bin, dann schlag ich schon gerne mal zu. Aber in der Regel betreibe ich Forschung. Äh, was? So schnell kann ich doch nicht aus Schmalers raus sein, ihr blöd! Das war eine Entschmalung! Lars, Lars, was ist los? Hey, du bist wieder da. Ich hatte das Gefühl, dass ich viel zu schnell aus Schmalers rausgegangen bin. Du warst Schmalers gerade. Wirklich? Aber das ging ja schnell. Das ging viel zu schnell, das ist lebensrisikant. Spinnen doch alle. Gut, jetzt müssen wir mal langsam dieses wenig bis gar nicht unterhaltsame Videos dicken. Wir drucksten beide so ein bisschen drumherum, weil es vier Punkte gibt und das vielleicht schon ein dicker, ähm, ja, ein dicker Stopfen ist. Ja, will nicht jemand jetzt noch eine Karte zücken oder was, damit noch ein paar Punkte draufgehen? Nee, muss ja nicht. Nee, nee, nee. Gut, The Sewer Inspection's Example Number 4. Es kann natürlich auch nochmal in eine ganz andere Richtung gehen. Der hat auf dem gleichen Kanal Trackmania noch drauf? Also ich mein, sag mal, äh, das muss man sich ja, muss sich Rocky Beans immer anhören. Also muss man ja wirklich sagen, also YouTube-Kanäle mit unterschiedlichen Sendungskonzepten funktionieren nicht. Du brauchst entweder einen für Fußball oder das und so. Hier hat jemand Kanalisationskamera und Trackmania es geschafft, das contentmäßig zu verbinden. Ja, aber ich weiß ja nicht. Da kann doch Rocket Beans eine Chat-Sendung und eine Videospiel-Sendung zusammen haben. Ist doch kein Problem. Und dann mal die Profiler, ist doch gut. Wobei, findest du keine gute Sendung, oder was? Hm? Ja, es gibt halt Qualitative. Findest du das keine? Manche fand ich gut, manche fand ich schwächer. Profiler findest du? Fand ich manche Sendung schwächer, ja. Aber manche fandest du? Manche fand ich gut, hab ich mir gerne angeschaut. Das ist eine offizielle Empfehlung jetzt. Also es ist schon sehr schwer. Halt, halt, halt. Also du hast hier Sewer Inspection Example Nummer 4. Das heißt, das ist mindestens das vierte Video. Mit Trackmania haben wir schon mal fünf Videos auf dem Kanal. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Dann haben wir ja Deutsch. Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein deutscher Uploader ist, der das vielleicht in der Richtung arbeitet. Und diese Videos vielleicht sogar ohne Erlaubnis auf YouTube hochlädt. Oder der Chef sagt, das ist mir scheiße Goldwurst. Und der lädt die dann einfach hoch, weil er denkt, das ist ein geiler Content. Und vielleicht ist Nummer vier auch eher so Fachjargon für, es gibt das Einserrohr. Das ist das, was in die Haushalte reingeht. Das Viererrohr ist dann das von der Gäranlage zur Krustenanlage. Find ich auch gut. Von der Krustenanlage weg. Gut, ich glaube, es gibt so viele Punkte. Wir müssen Xing-Chang-Chung machen, wer als erstes schätzt. Nein, es war noch völliger. Quatsch Spaß. Ich habe gerade angefangen, jetzt bist du drin. Ja, klar, gerne. Das mache ich super gerne sogar. Soll ich es sagen? Ja. Wie viele Klicks das Video hat. Bitte. Kann ich dir verraten? Sputzi-Lauscher, spitzi-Lauscher. Ich kann dir das verraten. Es sind, es sind, es sind, es sind. Es sind 86 wunderschöne Klicks vereint in diesem Video. Jetzt kommst du. Ah, shit, ey. Aber hier finde ich auch geil. Inspektionsrichtung gegen. Also wahrscheinlich gegen den Wasserfluss. Das ist echt ein gutes Video. Das kann man sich echt mal angucken. Hohlraum sichtbar. Da hat ja jemand dann extra noch mal Notizen gemacht. Komplexes Wurzelwerk. Also irgendwie lässt mich dieses Video hartlos zurück, muss ich nicht sagen. 86. Nee, sorry, ich sag 30. Ich glaube, das hat keine Klicks. Das hat keine Klicks, glaube ich. Oh nein, glaubst du etwa, dass es das... Also Nummer 4 nicht. Und wenn man das, glaube ich, gut vermarkten würde, aber das ist auf einem obskuren Kanal mit Trackmania, was ich schon keinen interessiert. Und dann, glaube ich, kommst du nicht weiter. 30, 86. Vier Pünktchen liegen auf dem Teller. Wer hat die längere Zunge? Glaubst du nicht, dass der Videohersteller ein... Ja! Ja, ich wusste es. Können wir mal auf den Kanal gehen, was T-Gags für ein krasser Kanal ist? Just some footage to look at. Wir haben hier den klassischen Trackmania-Content. Oh, aber dann auch DJ oder was? Ja, ja. Alter, das ist ein Multi-Concept-Kanal. Leute, geht alle vorbei auf T-Gags. Ich glaube, das ist ein krasser Typ. Trackmania-Turbo-Full-Speed-Track. Ey, liebe Grüße und vielen Dank für die vier Punkte, mein Lieber. Aber guck mal, der hat vor fünf, sechs Jahren die Videos hochgeladen. Da hat der fünf Jahre Pause gemacht und vor fünf Monaten kommt das hoch. Und dann kam das Undercover-Video. Das Undercover-Ding. Eventuell? Boah, kann auch sein. Ja, kann schon sein. Ja gut, wir schauen mal weiter. Hello, Sudoku-Fans. Welcome today. Today in the daily newspaper. Oh ja, bitte. Justus hat mal was vorbereitet. Wir schauen mal auf unseren Klicks-Kanal. Wir schauen uns mal das Klick-Gebirge an. Oh, wow. Die skippen wie die Blöden. Ah, die skippen immer aufs Ergebnis. Die skippen immer aufs Ergebnis. Das heißt, die haben jetzt gerade alles weggeskippt. Wo sind wir gerade? Wir sind gerade, glaube ich ... Lautstärke. Nein, ist es nicht. Doch, das ist Gesangstalent. Guck mal, wie jung wir da noch waren. Oh ja, guck mal. Da habe ich richtig gut geschlafen damals. Vor allem ja. Ich habe mich modisch wirklich weiterentwickelt, muss man sagen. In der Zeit. Na gut. In dem Jahr, da ist einiges passiert. Ich sehe genau gleich aus. Nee, deine Haare sahen besser aus damals noch ... Hast du da noch weniger Shampoo verwendet? Okay. So, komm. Aber gut, gut zu wissen. Vielen Dank für diesen kleinen Insider. Nein, ich finde, wir lernen auch was über unser Medium. Lass es einfach mal gut sein. Bitte nicht so dauerhaft, damit es nicht ausleiert. Das sieht kein Mensch, was gerade passiert ist. Also, wir haben ein Sudoku, finde ich ein interessantes Konzept. Sudoku aus der Zeitung, jeden Tag wird gelöst. Ich habe das eine Zeit lang ja sehr gerne gemacht. Wir hatten ja mal bei NDA so einen krassen Sudoku-Hersteller, Sudoku-Rätsel auch entworfen hat, entwickelt hat. Die ganzen Bücher habe ich durchgearbeitet, durchgewurmt in den letzten Urlauben immer. Ach, wirklich die Rätsel gemacht oder so die Theorie dahinter? Beides. Aber es wird immer leichter, ne? Ich mag Rätsel nicht, die im Laufe der Zeit leichter werden. Ich finde das irgendwie albern. Ich will, dass die schwerer werden. Sagt mir ein Rätsel, der ist schwerer? Naja, diverse Videogames, wo ein Level dann der nächste. Gut, du machst dann den nächsten, der ist schwerer. Trotzdem mag ich die. Call of Duty für dich ein Rätsel? Naja. Es ist mir wirklich manchmal ein Rätsel. Was die Chefs von Capcom da hinterher haben. Also Carpe Diem with this Joyful Medium Sudoku. Guck mal, das ist Joyful. Und es gibt sogar auf das Video noch obendrauf noch ein PDF. Ach du das. Das ist doch geil. Guck mal, da ist noch mal jemand. Ja, der gibt einfach zu diesem Video, kriegen sie kostenlos. Postlos, noch ein PDF-File, zack, gratis auf die Pranke obendrauf. Das sind doch mal Methoden des Marketings, die mir gefallen. 8.8.2019, das ist schon eine ganze Weile her. Ist das Dutch? Ja, ne, das ist hier so Holland. Fogendiena. Flucht, Windrichting. Aber er spricht Englisch, ne? Tja, auch ein Stein irgendwie so auf der Terrasse oder so. Na, wir haben hier die vier, dann ist da die vier. Oh, ich muss das mal wieder spielen. Das ist schon toll. Aber haben so Rätsel Copyright? Nein. Also ich dürfte einfach vom Bahnhof so ein Sudoku-Ding nehmen und die auf meinem YouTube-Kanal lösen oder auch selber ein Buch rausbringen und die einfach abschreiben. Sudoku-Let's Play kannst du machen, ja. Okay, gut, danke. Vielen Dank. Und wenn es doch Probleme geben sollte, hab ich damit nichts zu tun. Legal Lars. Ja, ich glaube nicht, dass es allzu viele Klicks hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das Konzept mit dem PDF-File gut. Also so, dass man dann sozusagen, der lädt das Video hoch, man lädt sich selber als PDF das Sudoku runter, man versucht selber zu lösen und schaut sich dann an, wie hat der das gelöst und hat er es besser gemacht oder nicht. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache. Und ... Ich hab immer, wenn der Schmalers in mir drin war, dann werd ich immer ganz müde und ganz andächtig. Ja, aber nur ein kleiner strategischer Hinweis, dass du bist eigentlich jetzt gerade nicht in der Lage, dich auszuruhen, ne? Du liegst sechs saftige Zähler hinten. Ein halbes Dutzend Zähler liegst du gerade. Was du nicht weißt, ist, dass ich gleich genau treffen werde und dann ist das alles wieder umzulegen. Kannst du mal deine Schätzung geben? Ich sage, wir haben ja, ähm ... Ich sage, wir haben 27 Klicks. Oh, das ist ja richtig. Twente Söwe, Trente Söfte, Söfte Trente, 27. Bitteschön, LP Pausen. Oh, das ist so niedlich. Muss ich jetzt hier ... Das ist ganz toll niedlich. Warum spielst du auf Zeit, Lars? Warum spielst du ... 111. Das ist so niedlich. Drei Einsen finde ich wirklich schön. 111 gegen 27. Ich liebe es, wenn drei Einsen zusammen sind. 1, 1, 1. Das mag ich gerne. Die Einsen, die verstehen sich immer gut. Oh, 16. Na, da kriegt auch jemand noch einen Punkt obendrauf. Ich platz euch wirklich hier in den Rachen rein. 7-0, meine Freunde. Rachen auf, ich platz rein. Oh, Blood Donuts. Oh, oh. Ah, schön. Forrest Gump. Na, nicht ganz. Gags. 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 Oh, ein Vampir-Trailer. Ich kann übrigens ... Warte mal, warte mal, warte mal. Willst du es ganz angucken? Geht das in eine Vampir-Richtung? Und Breakfast goes on Eden. Nicht alles, was mit Blut zu tun hat, hat was mit Vampiren zu tun. Aber ist das ein Sketch oder ist das ein Trailer? Es geht darum, mehr Blut zu donaten. Wahrscheinlich durfte man so Videos einreichen, hat einer gewonnen und wurde dann da ... Ach so, die Idee ist, dass man Leuten erklärt, wie sie Blut spenden. Erste Hilfe. Im Stil eines Trailers. Du musst davor viel essen und so. Nobody passes out on our watch. Woo, buddy! One mission. And four secrets to keep donors from fainting. 40 Winks, Food, Fluid and Flex. Two heroes. Fruit, Fluid and Flex? Okay, wir haben 15 Studenten in the Gymnasium mit minimal sleep, little food, little fluids and the Redone. Kommt, das ist alles mir zu Gamer-esque. Ne, finde ich gut. Allerdings habe ich sehr lange die letzten Monate trainiert an einer Darstellung eines Vampires. Willst du es mal sehen? Ist es Graf Lasula? Es ist Graf Lasula! Ja, finde ich sehr gut. Kann ich mir sehr, sehr, sehr verständlich lösen, muss ich sagen. Fand ich gut? Also, wenn ich irgendwo einen Sarg aufmache und dann liegst du da drin. Und dann? Oh, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht stören, Entschuldigung. Mach du auf nichts, können Sie wieder die Tür wieder schließen? Ja, mach ich zu, ja, tut mir leid. Ich habe da wirklich hart trainiert. Finde ich richtig gut. Aber du hast dann auch nur einen Schneiderzahn in der Mitte. Du hast nicht zwei, sondern nur einen in der Mitte. Ja. Wie so ein Dosenöffner. Ja, wie so ein Einhorn. Donate Feel Great. Ah, donatefeelgreat.org. Haben wir noch eine Telefonnummer? Do not effle, heißt es. Do not a feel. Do not feel great. Why do not feel great? Nee, Donut. Natürlich nicht zu wechseln mit Donut feel great. Also, finde ich gut. Donate your blood and do not feel well. That's our slogan. Aber eigentlich wäre Donate Donut besser. Jeder, der spendet, kriegt einen Donut. Donate Donut. Das wäre perfekt. Donate your Donut. Nein. Nein, nein, nein. Also, man muss da einen Donut mitbringen, oder was? Nein, bring keinen Donut mit. Und dann kriegst du Blut von denen. Nein, nein, nein. Du kriegst Blutkonserven und einen Donut von beiden. Ich hab so viel Mühe gegeben mit dem Trailer. Aber die Leute verstehen es leider immer falsch. Nein. Du gehst hin und gibst dein Blut und kriegst einen Donut. Warum willst du Blut? Warum denkst du, du kannst einen Donut abgeben und Blut bekommen? Warum sollen wir dir Blut geben? Was wollen die denn mit meinem Donut anfangen? Nein. Nein, nein, nein. Okay. Wir lassen das. Wir lassen das. Aber finde ich schön. Ich bin auch nett mit dem Text hier am Anfang, Muscleflex und so. Ja, süß. Ja, aber ich glaube, also ich fand deine Idee sehr, sehr gut. Danke. Das ist irgendwie so eine ... Das ist eine lokale Blutbank. Aber alles in allem, muss ich sagen, fand ich das Video insgesamt ein bisschen blass. Ja? Ja. Naja, man hat heutzutage schon andere Trailer gesehen. Ist das nicht der erste Trailer, den ich in meinem Leben gesehen habe? Ist korrekt. Ja, das ist der erste Trailer. Ich hab mal Bock, das Trailer mir anzugucken. Ja, da hab ich ein Einsteigermodell für Sie. Warte mal ganz kurz. Thanks, Charlie. I'm feeling completely hydrated right now. Hey, Coach is right. That flex thing works. Coach is always right. Ja, okay. Find ich gut. Ich sage, das hat nicht allzu viele Klicks. Welche Zahl fällt mir denn zu Blut ein? For a successful bottle. Blutpuls. Wie viel Blutdruck hat man? So 90, ne? Ich sag 190. 190 Klicks für dieses Video. Ich find's schade, weil tatsächlich muss man sagen, das ist eine tolle Sache. Und auch hier nochmal der Aufruf. Leute, geht Blut spenden. Es gibt viele Leute da draußen, die haben ganz wenig Blut. Die müssen da mit einem halben Liter klarkommen. Und das reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Und da könnt ihr gerne was abgeben. Man stellt sich heraus, man hat unendlich viel Blut. Egal wie viel Blut ihr gebt, ihr habt immer wieder Neues. Und deswegen, gebt ein bisschen was davon ab. Warum denn nicht? Es ist geteiltes Blut, es ist bestes Blut. Es ist dir eigentlich gar nichts heilig. Warum? Dass du dich über alles lustigst. Ich mach mich doch nicht lustig. Es ergibt euer Blut her. Leute. Sag mal, wozu braucht ihr jetzt euer Blut? Hä? Wozu braucht ihr euer Blut? Es fließt da rum. So braucht ihr nicht. Weg damit. Nervt mich, dass die Leute hier irgendwie krampfhaft an ihrem Blut klappen. Elf tausend. Wow. Einhundert. Okay. Elf. Ich liebe das ja, wenn fünf Einsen nebeneinander stehen. Ja. Mag ich auch gern, muss ich sagen. Aber nicht die beste Erfolgsstrategie. Wir schauen rein, ob hier wirklich ... Oh! Vor zehn Jahren? Ja, das ist ein Klassiker. Ich war näher dran. Wie kann man denn in zehn Jahren zwei Likes und null Kommentare ... Ich war gefühlt näher dran. Okay. Weißt du, wer wirklich mal Werbung, finde ich, machen könnte für Blutspenden? Hand of Blood. Weil to hand of blood heißt doch Blut weggeben. Hand of Blood. Aber ist das nicht auch Hände weg vom Blut? Also er wäre eigentlich auch gut eine Kampagne gegen das Blutspenden. Hände weg vom Blut. Gib your hands of my blood. Okay. In beide Richtungen. So oder so. Er sollte sich aktivistisch zum Thema Blut ... Zum Blut sollte er sich ... Egal ob pro oder contra. Das ist mir egal. Aber entweder hands of my blood oder to hand of blood. Beides wäre ein Renner. Hey, Handy, wenn du zuhörst, mach das mal bitte. Woher kommt dein Name eigentlich? Du bist doch in der Szene. Tatsächlich bin ich nicht so tief drin in der Szene, wie du immer denkst. Kannst du nicht so ein eigenes Format machen auf deinem Twitch-Kanal? So, woher kommen die Namen her? Ja, also die Ecke haben die Namen her. Ja, das wäre ja echt ... Iblali, was ist das eigentlich? Iblali. Ist das ein Trashpack? Warum eigentlich? Trashman. Apple War, was ist das eigentlich? Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Nicht so der normale Content, den ich mache, aber ich überlege es. So, wir schauen rein. Hier macht jemand eine Kerze. Und zwar nicht nur irgendeine Kerze, sondern eine Spiral Candle. Oh. Nee, gar nicht. Ach, und dann wird der Docht hart und dann füllt man das Wachs noch mit rein. Ja, genau. Moment mal, der Docht wird steinhart und dann schiebt man es in die Flüssigkeit rein. Ja, genau. Hey, aber wie bleibt der Docht denn in der Form? Ja, genau. Der muss doch steinhart sein. Der wird doch in der Flüssigkeit sonst viel zu weich. Der muss doch steinhart sein. Ja, ja, genau. Moment, jetzt schiebt er den kompletten harten Docht rein? Ja, genau, ja. Der passt doch da nie komplett rein. Nein, genau. Wenn er so hart ist, passt er doch nicht voll schnisch an. Ja. Moment mal, der muss jetzt aber richtig hart drücken, das kann doch nicht sein. Ja, genau, ja, ja. Das geht doch viel zu tief, das kann ihm nicht so gut sein. Ja, ja, genau. Oder ich verstehe es überhaupt nicht. Weißt du was? Ich glaube, ich kriege einen Herzinfarkt. Früher oder später? Habe ich mir auch gedacht, ich wollte es gerade noch. Glaube ich. Früher oder später. Wenn, dann kriege ich mal bei Felflixet Klicks ein Herz. Haben wir hier bei Rocket Beans so einen Defibrillator? So einen Teil. Wir haben hier nur so einen Erste-Hilfe-Kasten. Weiß nicht, was da drin ist. Aber wir haben einen Feuerlöscher, den würde ich dann zweckentfremden. Eben. Und der damit so in den Mund, so eins, zwei, drei, vier, fünfzig, sieben, fünfzig. Und dann muss man noch Feuerlöscher in den Mund, um den wieder-wiederzubeleben, oder? Kurze Frage an dich. Jokes aside. All jokes sogar. Okay. Also Spaß beiseite. Ich kriege jetzt einen Herzinfarkt. Was machst du? Wir sind nicht live. Die Zuschauer sehen es nicht. Bitte schön. Nicht live. Wir sind nicht live. Ich würde Justus anrufen. Nee, die Regie ist auch schon längst zu Hause. Hat auch alle Herzinfarkt. Das ist allerdings kein Szenario. Ich würde dich auf meine Schultern hieven und eigenhändig ins Krankenhaus schleppen. Ja? Ja. Du würdest laufen ins Krankenhaus. Ich würde, ich weiß nicht genau, wo es ist, aber ich würde meine... Ey, man findet immer... Du würdest keinen Taxi oder Notruf rufen, sondern du würdest mich... Stimmt, jetzt wo du es sagst, ist es auch klug, ja. Stimmt, ja, nee, da hätte ich gar nicht dran gedacht. Warte mal, aber was ist jetzt mit seinem Spiraldocht? Herr Serpe. Na, dadurch brennt die Kerze langsamer ab. Ja, Moment, aber der baut die ja gar nicht ein. Nee, weil es Quatsch ist, weil er es selbst gemerkt hat. Der merkt... Ach so, nee, doch, doch, guck mal. Es gibt einen Geradendocht und noch einen Spiraldocht. Aber ist denn der Geradendocht nicht viel zu schnell abgebrannt, Leute? Jetzt habe ich aber Fragen. Jetzt habe ich aber Fragen. Aber gab es das nicht schon mal bei dem Tutorial, dass jemand im Tutorial irgendwann gemerkt hat... Nee, nee, das funktioniert so gar nicht. Sorry, ich schmeiße das nochmal komplett raus. Auch die Methode, die ich euch beibringen will, die ist nicht besser als das, was ihr kennt. So, hey, hier ist eine 9-5-TikTok-Trends und Tipps, wie man besser Brot schneiden kann. Ich habe so einen TikTok gesehen von so einer, die einen Bananenkuchen backt. Und dann fällt ihr aber immer wieder was in die Sahne rein. Sie macht so eine ganz glatte Sahne oben, aber dann fällt immer wieder was rein. Und dann irgendwann haut sie einfach mit dem Messer so drauf und gibt auf und sagt, fuck it. Das fand ich sehr witzig. Comedy. Weiß man immer nicht. Vielleicht war es Comedy, ja. Comedy. Kann ich trotzdem drüber lachen. Gut. Aber ganz kurz, zeig mir noch... Ach gut, doch, schau, 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 schau. Ach, das ist nur der Rand von der Kerze. Ey, jetzt mal ohne Witz. Sorry, das ist ein geiles Geschenk für Muttertag, Vatertag, Freundintag oder irgendwie sowas in der Richtung. Warum genau? Weiß ich nicht? Weißt du, was anderes ist? Eine Kerze hat man immer gerne im Haus. Warum? Weißt du, was Beruhigendes ist, was Nettes, wovon man lange was hat? Warum? Aber wie oft stellst du eine Kerze so hin, wo du sagst, okay, wenn die Kerze jetzt wirklich da stehen bleibt, ist es nicht gefährlich. Wenn die sich jetzt ein bisschen bewegt, dann könnte sie natürlich da den Vorhang anzünden. Ach so, ja, ja. Wenn nicht passiert, passiert das häufig. Wenn man mir das vorher nicht sagt, dass es nicht Spiralkerze ist, dann zündet die halbe Bude an bei mir. Weil ich stell Kerzen schon immer so... Wie so eine Lunge, die einmal so komplett durchs Haus geht. Ich glaube, was ich machen würde, ich würde dann noch verschiedene Wachsfarben reintun, die nach unterschiedlichen Dingen riechen. Halt so Kirsch, Ananas, Apfel und dann während des so, dann wechselt das den Geruch. Das fände ich auch spannend. Also ich glaube, ich werde das nochmal gießen. Ich glaube, für den nächsten Muttertag ist das genau was. Wie hat die eigentlich meinen Kirschlicker? Hast du ihn mit nach Hause genommen noch? Der ist mir leider vom Fahrrad gefallen. Ach so. Besoffen vom Fahrrad. Und dann konnte ich, ich habe versucht, noch was vom Asphalt aufzulecken, aber viele habe ich nicht mehr geschafft. Ich habe mir da meine komplette... Thank you for what I'm... Ich bin bei... Howtomakecandles.info? What? Ja, das ist... Der hat Howtomakecandles.info bekommen? Das ist eine Riesenseite. Und auch Patreon. Patreon.howtomakecandles. Also ich bin bei 44.000 Klicks. Finde ich echt nicht schlecht, weil der hat hier auch professionelles Equipment. Guckt mir da diesen Kolben an und dann diese Wachsgieße und so. Diesen Gießer. Ja, genau. Fuck du, ich glaube, aber ich glaube, so erfolgreich ist es doch nicht. Nee, das ist auch so eine Sache, die mich nicht reizt. Ich glaube, ich bin bei 17.838. 17.838, glaube ich, haben wir hier, weil... Ich glaube, das ist ein Erfolgskonzept. Aber doch, also dafür ist es nicht gut genug. Also in der gleiche Liga... Der hätte ein ganz anderes Intro. Guck dir mal das Intro an. Weil 44... Wenn deine Videos regelmäßig 44.000 Klicks haben, hast du nicht so ein Intro. Doch, weil die Tutorial-Leute sind ein ganz eigenes Fach. Was ist das denn? Ich liebe ja wirklich... Ist das die hässlichste Font der Welt eigentlich? Und dann .info ist es wieder normal. Oh, ich liebe ja diese Font-Tutorials auch. Oh, ist das schrecklich. 44.000 zu 17.000, relativ nah. Er traut sich heute gar nichts bei einem... Er führt 8 zu 0 und schätzt in der gleichen Kategorie wie ich. Aber das macht ja nichts. Wir lösen mal ganz kurz auf, wer hier... Oh, genau getroffen mit 44... 9.000. Das Pünktchen in meinen Topf hinein, Topf hinein, Topf hinein. Nee, ich hab's heute nicht so... Das ist an der Cover-Video. An der Cover-Video. Aber... Aber gutes Video. Vier Stunden lang Wasserfall. Ich hab wirklich... Spult nochmal zurück, das war ein 2-Sekunden-Unterschied. Willst du auch ziehen? Nein, nein, nein. Das geht gar nicht. Mach das wieder raus. Ach, das kriegt der jetzt wieder... Ach, doch, geht. Früher war das immer ein Riesenproblem. Okay, da mussten wir immer Rockabees erstmal dicht machen, lives dann da ausschalten. Erstmal Bankrott, Abwicklung alles und dann wieder neu hochfahren. Weil Peats mit anrufen, fragen, wie es geht, dass man hier diese Blinklichter ausmacht. Also guck mal, warum hat denn so ein Video, so ein Titel, IMG 001... Also ich mein, du stellst deine Kamera ja vier Stunden lang dahin. Das ist ein Riesenaufwand. Du musst vier Stunden gucken, dass deine Kamera nicht von irgendeiner Forelle geklaut wird. Und am Ende denkst du dir da so, okay, jetzt lade ich es aber nicht hoch. Naja, ich glaube, gute, entspannende Videos brauchen keine Titel. Das ist meine Regel, die ich jetzt aufstelle hier. Die ihr in eure YouTube-Handbücher gerne reinschreiben könnt. Warte mal. Warte mal. Das ist in der Nähe von Fürth. Ich glaube, ich kenne jemanden, der da herkommt. Nee. Warte mal, doch, ich kenne den Wasserfall. Was? Das ist da hinten beim Fürst, beim Büglerhof hinten. Beim Büglerhof in Fürth. Das ist beim, warte mal. Irgendjemand kenne ich doch, der wohnt da direkt in der Nähe. Direkt doch, der wohnt genau in einer angrenzenden Seelandschaft. Das musst du verwechseln. Warte, der Waller, der Waller, ich war, wo ist er denn? Ah jo, servus, also erst einmal grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Ja, herrlich, dass man auch mal so einen kleinen Einblick bekommt in meiner Heimat. Das ist in der Nähe von Fürth. Ja, also da war ich oft am Wasserfall. Das ist ja, das ist ja Schau. Ja, und da bin ich so ein wenig und dann auch mal rauf, rauf geschwommen. Was ist in Fürth? Ja, sicher. Denn da gibt es herrliche Natur, ne? Da bist du unterwegs. Da soll ein bisschen ein wenig in der Natur unterwegs sein. Also das ist richtig großartig. Was machst du da so, wenn du da bist? Na, ich komme also so ein bisschen mal ein wenig entspanne, ja. Also ich bin da in der Nähe und dann machst du da so einen schönen Ausflug und dann bist du unterwegs. Das ist in der Nähe von Fürth beim Wenglerhof. Was machst du eigentlich, Waller, wenn die Sendung aus ist und irgendwie die Scheinwerfer aus sind, wo gehst du dann eigentlich immer hin? Was machst du denn so den ganzen Tag? Ja, also ich versuche ein bisschen so den Leuten zu erklären, dass jetzt Aquaplaning wieder richtig schlimm ist. Also passt ein bisschen auf, wenn es regnet. Ja, dass ihr da nicht so schnell unterwegs seid. Don't drink and drive and don't Aquaplaning. Und also das ist mir wichtig. Aber du freust dich doch über Aquaplaning, oder? Da schwimmst du doch mal durch, dann da auf den Straßen, oder? Da schwimmst du da so ein bisschen, platschst du dann so ein bisschen rum. Oder wie in den Schienen, in den Rillen. Ja, muss ich zugeben, ein Weng ist da schon ein Gaudi für mich. Das ist ja klar. Aber ich mag es ja nicht, wenn andere Leute dann zu Schaden kommen. Also das ist mir wirklich zu viel. Also das will ich nicht, dass wenn ich da schön unterwegs bin und deswegen die Leute so langsam fahren. Gut, danke. Alles klar, danke. Ihr wisst nicht, was da auf der Straße ist, wenn es regnet. Ihr wisst nicht, was auf der Straße ist, wenn es regnet. Und deswegen seid ihr ein bisschen vorsichtig, dass da nicht da irgendwie ein Kollege von mir... Oh, das ist ja auch... Oh, also da glaube ich, er muss jetzt da los. Nein, also da muss jetzt da los. Also ich sag dir, es hat 180. 180. Tschüss, Walli. So, ich ignoriere die Schätzung vom Waller. Achso. Und bleibe dabei. Oh, wirklich? Ja, ich bleibe dabei, dass es das Undercover-Video ist und sage deswegen, wir haben es hier zu tun mit 12 Klicks. Ja, das erinnert mich ja an meinen Neuseeland-Wandergang, wo ich dann da hinter dem Wasserfall geklettert bin und meine Schulter ausgekugelt habe. Hinter dem Wasserfall. Das sah genauso aus. Dann bin ich dahinter quasi entlang und war dann mit ausgekugelter Schulter... Hinter dem Wasserfall. Hab ich mir die Schulter verrenkt. Ja, verrenkt wäre ein bisschen zu wenig. Ich habe sie tatsächlich teilluxiert. Das ist so ein B-Side-Track irgendwie, so auf der anderen Seite der CD. Hinter dem Wasserfall habe ich mir die Schulter ausgekugelt. Ja, so wird tatsächlich meine Autobiografie heißen. Hinter dem Wasserfall habe ich die ausgekugelte Schulter hinter dem Wasserfall. Nee, die erste Version hat mir besser gefallen. Also einfach nur hinter dem Wasserfall? Nee, die dritte. Okay. Ach, das war richtig schön, dass der Frankenweiler mal wieder da war. Ja, ich freue mich ja auch. Und ich finde ja toll, dass wir so ein bisschen auch in die herrliche fränkische Natur reinschauen. Also ist mir auf jeden Fall scheißegal, was wir hier zu besprechen haben. Ich muss jetzt einfach mal gewinnen. Und deswegen sage ich, das Video hat 21 Klicks. Ich werde genau treffen. Da gibt es ja auch im Frankenland eine recht reichhaltige Flora und Fauna. Da gibt es ja nicht nur verschiedene Fische, sondern auch verschiedene Flugtiere. Also da gibt es ja ganz diverse. Also klar, da gibt es Adler, Meisen, Spatzen. Aber ich glaube, da gibt es auch verschiedene größere Greifflüge. Das ist geil, der König. Der hat keine Augen mehr einfach. Das letzte Auge ist auch noch abgegangen. Ein König braucht keine Augen. Das Volk sind seine Augen. Vor allem, dass nachdem du gerade nicht mal die Hälfte von mir gesagt hast. 21, 12, wir schauen rein. Ja, ja. Oh, da ist aber jemand gut. Da ist aber jemand gut dabei. Da ist aber jemand gut dabei. Das weiß ich jetzt nicht, wieso das so lange aufgemacht wurde. Das war nicht mal knapp oder so. Die hier. Die einfach aufstehen und geht es nicht. Raus mit dir. Schau ab, Ashley. Wenn du keine Unterhalte... Ey, der ist ja cringe, der Alte. Nee, 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 nee. Das ist das beste Video, das wir bis jetzt haben. Ey, vor allem, ich dachte, er greift irgendwie so hinter die Leinwand und holt da die Fischkarte raus. Das wäre witzig gewesen, oder? So völlig unerwartet. Tatsächlich hätte das ja gar nicht gepasst in dem Kontext. Okay, ich glaube, das ist so ein klassisches, ähm, so wie heißen sie nochmal damals, so dieses Break-TV oder Justin-TV oder Clipfish. So diese Videos vor YouTube, wo das Video schon viral gegangen ist. Das Ding hat... Oder ist das ein Re-Upload? Das Ding hat... Oder ist das ein Re-Upload? Sieben Millionen Klicks. Nein, das glaube ich nicht. Sieben Millionen. Dann sage er, dieses Video hat 300.000 Klicks. Alter! 300.000 sage ich. Ich habe nicht mit dir gerechnet, mein Lieber. Sieben Millionen. Gleich kannst du mir gratulieren, hm? Gleich kannst du mir gratulieren. Wenn Lars es nicht 3.300.000 Klicks bekommt, kannst du mir gleich gratulieren. Und wir lösen auf! Hier! Was? Ach, komm. Mann, ihr mit einem scheiß Re-Uploads. Woher sollen wir das hin? Da oben ist es der Original, oder? April Fools 2011. Nee, warte mal, rechts. 1,6 Millionen. Oh, hättest auch du gewonnen. Aber vielleicht ist es das auch nicht. Du hättest auch gewonnen. Vielleicht ist es das auch nicht. Darunter ist nochmal eins mit 17 Millionen. April Fools, Mouthgrass, Shadow. Ach, Mann, ey. Und er macht immer das Gleiche. Ach, geil. Ach, was für ein cooler Professor. Auch gut, wenn er sagt so, so, alles. Ja, und ihr fallt alle durch. Ich weiß noch nicht, was so ein Prank zu tun hat, aber... Oh, oh. So, und jetzt sind wir nämlich nochmal in Rostock. Und jetzt mit Spatenend. Ich war kürzlich nämlich in Rostock, nur... Du warst in Rostock? Genau, ja. Nee. Genau in der Stadt, wo das hier steht. Tatsächlich war ich auch in dieser Kirche. Nein, das kann ich sein. Das ist zur Zeit eine Ausstellung. Was? Wirklich? Worum geht's da? Naja, das ist tatsächlich nur ein einziges Ausstellungsstück. Ganz vorne am Altar. Jesus wurde zur Seite geschoben. Ja. Und dann wurde so aus Panzerglas natürlich, weil es muss ja geschützt werden. Das muss sicher sein, ja. Dann pilgern da tatsächlich die Leute hin, schauen sich das an. Ich dachte persönlich, dass sich das Teil ist größer. Ja, das denkt man manchmal mit der Erwartungshaltung, aber ja, ja. Hab gedacht, es sei größer. Es war ungefähr so groß, ja, wie das hier. Das war sogar genau das hier. Hä? Ja, nämlich die Nächte. Das ist ja ein Zufall, dass das jetzt genau hier auf dem Tisch liegt. Hab ich wohl geklaut. So, das heißt... So, letztes Video. Marie, Stundenglocke und Wächterglocke. Ich weiß nicht genau, was eine Wächterglocke ist. Das ist wieder noch was ganz Neues nach Trainspotting und Bus. Ja, Bellwatching. So, dass du wirklich diese Glocken, die Glocken dir reinziehst. Aber da gibt's doch bestimmt auch eine Community, die sich das wirklich gerne reinzieht. Schade, ich hätte jetzt gern so ein Video gehabt, wo ich sicher irgendwie sagen kann, das hat unter 10. Das wiederum ist übrigens natürlich das Undercover-Video auch noch. Du bist so schlecht. Ich hab manchmal das Gefühl, du bist der schlechteste, verflickste Klickspiel der Welt. Wirklich? Wirklich. Du bist auf Platz 2 der verflicksten Klickspieler der Welt, Ranglistenordnung. Hä, aber wie kann ich denn auf Platz 2 sein, wenn ich führe? Ja, das ist genau... Jetzt triffst du leider genau den Punkt. Und jetzt merkst du einfach mal, wie schlecht deine Selbsteinschätzung sind. So, jetzt bitte brauche ich deine Schätzung. Selbst die, deiner Meinung nach, schlechtesten Menschen der Welt sind besser als du. Das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich bin bei... 163 Klicks. Genau getroffen. Bam! Alle die Vögel... Ach so, das ist ein Bild. Ich dachte, das ist ein Bild. Das ging ja voll auf die Zwölfe. Ich hab 163 gesagt und das stimmt exakt. Das ging ja... Ich glaube, das hat ein bisschen mehr. Ich bin bei 409. Ich glaube doch, dass die Rostocker stolz auf ihre Marienkirche sein können. Hast du überhaupt noch was gegen mich gesagt? 163 zu 409. Einer wird sich ärgern, der anderen wird sich... Freu dich! Na also, zack, noch mal schön drei Pünktchen obendrauf. Und damit haben wir fast schon unseren Endstand. 13 zu 1. Das sieht jetzt erst mal einseitig aus. Aber keine Angst, keine Angst. Es kommt ja noch das Undercover-Video. Lars-Erik Paulsen meinte, es ist dieses Marienkirchen-Video. Meiner Meinung nach war es dieser fränkische Wasserfall. Und ich bin sehr, sehr gespannt, von wem das Undercover-Video in dieser Woche... Nein! Ach, T-Gags! Hä? Hä, wieso? Yes! Es war T-Gags, geil! Weiß man, wie der Gute heißt? Hä, aber wieso kamen da jetzt die Glocken? Weil unser Video noch liegt. Nee. Doch. Weiß man, wie der Gute heißt? Ansonsten T-Gags. Also wirklich das beste Video. Aber geil, mega geil. Ich glaube, so viele Punkte auf einmal gab es auch selten. Timecode und Deutsch. Und Undercover. Bester Mann. Ja, aber er hat halt, oder Frau, er hat ja fünf Jahre nichts hochgeladen und dann kam dieses Video. Also es war schon... Aber gute Musikauswahl, fantastisch, krach, 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 krach. Großartig, sehr verstörend. Und ich weiß nicht, wo du das Video her hast oder ob du es selber bearbeitet hast. Liebe Grüße, hau was in die Kommentare und viel Spaß mit den Videos von T-Gags. So, jetzt haben wir nochmal die Chance, auf den Endstand der Punkte zu gucken. Ich bin nämlich, ich hab's gar nicht mehr im Kopf, wer jetzt tatsächlich vorne lag. Können wir nochmal... Ja, du was. So, wir schauen mal. Lars-Erik Paulsen hat einen Punkt geholt. Immerhin. Immerhin einen Punkt. Und Florentine holt 13 Punkte. Wow! 13 Punkte? Kannst du das ausrechnen? Kannst du uns sagen, wer gewonnen hat? Du hast gewonnen. Kannst du uns sagen, wer gewonnen hat? Jetzt hat der... Ja, ich hab gewonnen, will ich richtig. Ja, ich hab gewonnen. Entschuldigung. Eine Sekunde. Ja, da bin ich wieder bei, ihr Damen und Herren. Gewöhnt euch dran. 2023 wird mein Jahr und ich komm hier rauf. Ja, falls ihr euch daran freut, dass LP gerade noch vorne liegt, dann schaut euch mal ein paar alte Folgen an, weil es wird nicht mehr lange so sein. Haut rein, macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, also ich wollte auf jeden Fall noch mal fragen, ob ihr vielleicht einen Like da lassen könntet. Das würde mich persönlich auch total freuen. Also auch die ganze Gemeinschaft für Flixi Klicks und den Will und Lars Paulsen, die alte Freunde-Gemeinschaft, die würde sich darüber sehr freuen. Und wenn ihr dann vielleicht sogar auch noch beim Supporters-Clip vorbeischauen könntet, da würden wir uns auch beide total wirklich... Au, au, Milo! Da würden wir wirklich total freuen, wenn wir dann noch einmal kurz... Ah, 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 ah. Mit Lars Pausen und Florentin Will. Verflixte Flix!